Ich bin zu früh, egal. Hallo und damit herzlich willkommen zu canononodesweiblgames, ich versuche irgendwie energisch zu klingen, auch wenn ich gerade komplett lustlos bin. Aber naja, wir haben jetzt jedenfalls diese neue Map of Hive namens Cancer und da hat jemand wieder einen ganz legitimen Chest Stealer, sehr gut. Jedenfalls ist die Map ein Remake von Phoenix County und bei dem Typen hat man auch keine Ahnung in welche Richtung er läuft. Naja, ähm, kam keine Ahnung wann raus. Gestern habe ich gespielt und da war sie nicht da, also müsste sie heute rausgekommen sein. Ganz logisch kombiniert. Oh, komm, 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 komm her, komm her. Ach komm schon, nein, nicht wegrennen, nicht wegrennen, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Und, man fick dich. Oh, jetzt stirbst du. Eh. Also, was soll der Scheiß? Achso, will der Knuckles jetzt halt den Way wissen, oder was? Der will ja den Way wissen. Sag mir aber nicht den Way. Do you know the Way? You don't know the Way. Do you know the Way? Okay. Scheint hier leider zu viele Rannis zu geben. Naja, ich habe ein Stone-Schwert und werde dann eh vom Hacker wiedergekillt. Wozu der Auffand eigentlich? Ich sollte auf Gumme aufnehmen. Wenn die Runde jetzt nichts wird, dann nehme ich auf Gumme auf. Achso. Ja. Hast du richtig gut gemacht, hast du richtig gut gemacht. Ach man, fickt euch doch. Jo, wir sind jetzt letztendlich auf Gumme gelandet, wie ihr vielleicht seht. Ich hatte keinen Bock mehr auf Hive, musste dadurch auf den Account switchen. War ein werter Freund. Den Account, auf dem ich gerade gespielt habe, auf Gumme wandeln lassen hat. Den man, glaube ich, mit Wurst gehackt hat. Sehr nett, vor allen Dingen, weil der Account eigentlich drei Personen gehört und jetzt zwei andere dadurch nicht spielen können. Na ja, wie man die letzten Leute halt kennt. Ähm, ja. Ich spiele jetzt auf eine Map, die nicht neu ist. Ich habe das jetzt gerade nur gesagt, damit ich irgendwas sage. Äh, ich kenne mich hier null aus, um ehrlich zu sein. Lauf jetzt irgendwo lang, werde keinen Stuff finden und werde dann von einem guten Gamma-Spieler zerstört. Denn, äh, die Spieler hier sind tatsächlich, meiner Meinung nach, besser als die Hive-Spieler. Die spielen weniger auf Team-Boosting und sowas. Die spielen weniger auf Only-Sword-Hits. Die, die können einfach mehr. Okay, der hat mich auch bemerkt. Sehr gut. Äh, will er drauf? Ja, klar klar. Anscheinend nicht. Sonst wäre er. Ja, hier. Äh. Vor allen Dingen, da drüben kann ich rein eigentlich. Hat es noch nicht genotet, ne? Oh! Ja, f*** doch deine Mutter, alter. Uiuiuiuiuiuiuiui. Musst du mich jetzt halt ernsthaft? Ist doch nicht passiert, oder? Das ist passiert, okay, gut. Nice. Top 5. Äh. Ah, ja, f*** doch mein Ding, alter. Kommt der nächste Mann. Jetzt darf ich erst mal die Fliege machen. Teams sind ja, Teams sind ja angeblich verboten, ja? Auf jeden Fall. Ihr seid doch auch alle dumm wie scheiße, oder? Ihr seid doch echt dumm wie scheiße, oder? Lesen könnt ihr nicht, oder? Gut, dann schauen wir mal, wie wir die Giergel bekommen. Okay. Gut. Und, ja, warte. Habe ich noch genug guten Staff? Nein. Naja, geht so. So halb. Ich habe hier etwas keine Secondaries mehr, was etwas nervig ist. Ich habe da echt wenig Bock drauf, um ehrlich zu sein. Das ist das schön ohne Rudd, besonders das CM wird geil. Ja, die Runde wird wahrscheinlich eh nichts. Jawu. So, entscheidet noch alle schön eure Steinexte auf Schärfe 3. Jo, kein Plan, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Ich stehe jetzt hier einfach rum, lasse ich fighten und dann steu ich ab, oder so. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Oh, gewonnen. Okay. Nice. Das ist irgendwie schon lächerlich. Ah ja, stimmt. Warte, was? Ach, noch drei Tage? Ah, ja. Insgesamt nicht mehr. Okay. Gut. Dann. Gewonnen. Yay. Das ist so lächerlich. Das war scheiße gespielt. Oder zumindest unverdient. Eins von beiden suchte ich was aus. Jedenfalls. Bis später. Nächstes Video oder so. Tschüss. Glub.